ok leute ab geht's so wir gehen hier hinter und versuchen auf c die dings von uns rauszunehmen so blablabla blablabla dass wir gerade hier das eine links vom beschleunigen und wir sehen uns in league veröffentlichen unser ziel ist es ja die blöden dds zu jagen wir müssen aufpassen dass die uns mit tops nicht abholen aber ich denke mal hier in der insel das glaube ich kann man glaube ich ganz gut uns verstecken das wäre witzig wenn ich das jetzt bin ich dass sie so treffen würde ich bin aufgedeckt wie ist denn meine stars einheit eigentlich kann man sehen hat mich so richtig hast eine hindenburg ich bin ich bin jetzt aufgedeckt die frage ist doch warum abwackeln was deckt mich hier auf das regt mich am meisten auf und Untertitelung des ZDF, 2020 Was hier weg? Ich bin hier permanent aufgedeckt Das gegnerische Team hat die Führung übernommen Die Führung übernommen Ich bin immer noch aufgedeckt Das ist mega nervig, Leute, ohne Witz permanent aufgedeckt zu sein Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Ich bin immer noch aufgedeckt Ich bin immer noch aufgedeckt Ich bin immer noch aufgedeckt ich bin jetzt schon wieder aufgedeckt aber diesmal durch die hindenburg dahinten sind nicht gut aus wir uns definitiv nicht definitiv nicht ja ich kann ja auch nicht so viel machen ja ja schade da wo die andere seite halt komplett unzufrieden danke ja da wird die andere hälfte